Und da bin ich auch schon wieder zurück bei Tackle at Light. Äh, Pause war schon kürzer. Musik an. Erstmal kommt das Intro. Und da bin ich auch schon wieder. Äh, ich weiß nicht, wie man bei Tackle at Light den Nether löscht, weil der nicht zu sehen ist da. Was ein wenig blöd ist. Naja, egal. Dann stelle ich mir erstmal woanders noch ein paar Tage hin. Das muss nur weit genug sein, sonst bahn ich das schon wieder. Äh, ich weiß nicht, ob das hier weit genug ist unten. Deswegen setze ich den draußen mal weiter weg. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ich muss sagen, setze ich mal hinten bei den Jungle Bäumen hin. Fällt das Portal nicht so auf. Würde ich so mal sagen, stelle ich das hier hin. So. Mach ich aber so. Eins, zwei, drei. Zack. Sorry. Zu wenig mitgenommen. Mist. 14 Stück waren das, glaube ich, dann, ne? Oder zum ja auch immer bei. Naja, egal. Und das betätige ich eh nicht, weil das eh nicht funktioniert. Na, jetzt hab ich da drauf gedrückt. So, und der das kann ich auch nicht betätigt, ne? Die landen echt alle da drin. Aber warum? Hm, draufklicken kannst du ja auch nicht. Es bringt ja nichts mehr, wenn das nicht läuft. So wie das eigentlich soll. Äh, ich will mal was vielleicht schauen. Deswegen nehm ich mir mal die mit. Äh. So, was wollte ich denn? Ja. Komm, nehmen wir gleich alle mit. Ist gut, den einen tue ich weg, aber den anderen behalte ich bei mir. Ist klar. Ach ja. Mal schnell was schauen. Hm. Okay. Hm, hm. So. Fahrzeug hab ich dabei. Damit kann man gar nichts machen. Geht wahrscheinlich mich zu dem Mod. Na ja, egal. Ja, hier ist es irgendwie wieder krepiert. Äh. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Das was ich nicht brauche, lege ich hier schnell oben weg. So, ähm. Das, 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 das kann auch weg. Das wollen wir nochmal rein. Bin ja mal gespannt, wo wir da auftauchen. Brauchen wir unbedingt close down. Sonst kann ich die meisten Sachen halt ja nicht bauen. Na? Ja, ist klar. Nicht weit genug weg hier. Und da bin ich mal wieder. Und ich weiß auch nicht, warum Minecraft hier gerade wieder so rumspacken ist. Ach, ich hab gar keine Fackeln mitgenommen. Na ja, egal. Boah. Ach ja, bringt ja eh nix. Ups, falsch weggeworfen. Aber das explodiert gleich richtig, ne? Aber. Boah. Ich muss hier nochmal raus. Ich hab keine Fackeln. Jetzt lande ich unten wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Lande ich. Hier. Wollte schon sagen, wo lande ich denn? Das wäre was gewesen, wo ich, wenn ich ganz woanders gelandet wäre. Das Problem ist, jetzt lande ich wahrscheinlich immer oben. Ähm. Mal mit Holzkohle. Äh, den Rubberwood hat die da auch gefällt, ne? Ja. Schön, wenn man das immer an der Farbe sieht. Ups. Das war ein bisschen zu viel. Mist. Das war nicht so beabsichtigt eben. Zack. Das aber. Äh. So. Ist reicht. Okay. Ja, jetzt packe ich hier an der Tür fest. Ist auch gut. Jetzt spiele ich Buggy der Clown. So, das werde ich dann aber auch wieder abreißen. Aber ich glaub, der hat dann jetzt so ne Macken, dass er immer da oben landet. Hm. Ich würd' sagen, dann gehen wir mal hier so lang. Und schauen, ob wir hier irgendwo rauskommen. Also, das Schweine hab ich schon mal gehört. Okay. Okay. Ich bin auch schon wieder Schweine. Ich will hier endlich raus. Hm. Das sind aber keine Diamanten. Diamanten würde ich natürlich abbauen. Keine Frage. Äh. Ach, guck mal. Ja, ne, ist klar. Da können von überall welche kommen. Das ist auch mies. Ach, guck mal. Da ist noch einer. Sterb. Wow. Hab ich ihn nicht gegessen. Aber das ist ein bisschen blöd. Mit der Regeneration. Äh. Ach, hier geht's aber im Kreis wieder. Boah, so ist das auch immer geil. Komm ich hier endlich irgendwo raus? Guck mal, was da kommt. Und er ist wie Geschwein. Jetpack wär jetzt echt geil. Aber leider kann ich mir gar keins bauen. Ah, guck mal, das ist Gloucester. Büschen haben wir ja schon was. Boah, ich hab echt Angst vor den Viechern. Das ist schlimm. Ach, guck mal. Dann brennt einer. Aber was ja bei den Viechern nichts bringt. Kannst hier einfach ein Band stecken. Bringt gar nichts. Äh. So lange wir umgestört sind, brauche ich Gloucester. Ach, Mann, ey. Eigentlich mal ein bisschen rausgefunden. Ist das dunkel. Es ist dunkel. Wow, guckt euch das mal an. Wieder so viele Schweine da hinten. Oh, Mist, ey. Ich bin weg. Wenn ich hier lang gehe, dann komme ich Richtung Portal. Boah, ich muss auch passen, dass... ...nicht irgendwelche Schwande kommen und mich in die Lava schubsen. Dann würde ich sagen, suche ich mal das Portal und dann greife ich mich da so hin. Hm. So. Da ist es. Komme ich dann auf die gleiche Höhe gleich, oder wie? Sieh nämlich dann noch aus. Bevor ich in den ganzen Wechsel rückrenne, graue ich mich einfach mal hin. Ist meistens besser. Wo ist das, das Liga 4 eigentlich? Ich habe ja vorhin schon eins gehört gehabt. Hm-mm. Wo ist das? Ach, guck mal, was da gespawnt ist. Hässiges Schwein. Na, greifst du mich noch an? Ne, ne? Brabe, Junge. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier lang grabe? Hm. Boah. Das war knapp. Oh, hier ist irgendwann. Guck mal, hier war ich auch schon. Okay. Ich will hier endlich nach oben. Wo Gas ist, da muss ja genügend Platz sein. Hm. Und noch Kohle. Gas kommt immer näher. Glaube ich zumindest. Ach, Mist, ey. Dass ich den nicht löschen kann, den Nasser. Das ist ein bisschen blöd. Ich will hier raus. Versteht das denn keiner? So. Hm. Spitzsack ist auch gleich wieder kaputt. Und zwar jetzt. Oder jetzt. Ne, jetzt. Auch nicht. Oh Mann, ey. Ich verzweifle hier noch. Was ist das denn? Für viele Mist-Dings-Da-Boom-Da. Wir sind jetzt hier kaputt. Dann, wenn du nicht mehr dran denkst. Ach ja. Schöne Feuer. Ich glaube, das kommt von da. Glaube ich aber nur. Ach ja. Hatte ich recht. Ich will hier endlich raus. Ich will hier endlich raus. Okay. Ich jefel. 40-Jährig. Oh Mann, ich halte mich mit. Ich halte mich für。 Untertitelung des ZDF, 2020